Hallo und herzlich willkommen zu Megafon 95, der Fortuna Düsseldorf Fancast. Wir sind in der Folge 53, wir sprechen diese Folge einmal die komplette letzte englische Woche durch. Die war sehr grandios für uns, denn wir konnten da aus drei Spielen drei Siege holen, unter anderem gegen Borussia Dortmund, was natürlich ein super genialer Moment war. Und darüber quatschen natürlich natürlich nicht alleine, denn Megafon 95 hat eine Kollaboration zwischen mir, Demo, dem Wampendribbler und natürlich eurer Amateurlegende aus Düsseldorf, dem einzigartigen Torwart Michael aka Schwerensky 8. Howdy allerseits. Michael, bevor wir loslegen, irgendwelche warmen Worte. Die Weisheit des Tages. Wir hätten bestimmt mehr Zuschauer, aber ein weiser Mann sagte einst, ein Teil dieses Podcasts würde die Bevölkerung verunsichern und deswegen bleiben wir in unserer kleinen Nische. Hoffentlich wird es eine gute Aufnahme. Teilt uns, liked uns, liebt uns, ist so ein bisschen unser Motto geworden in den letzten Wochen, denn wir sind alle in der Nische und uns kennt noch ein kleiner Teil der Fortuna Fans. Erzählt allen von uns, die ihr kennt, eurer Mutter, eurer Schwester, eurem Bruder. Könnt ihr euch auch gerne in Social Medias folgen, Facebook, Twitter, Instagram sind wir da. So könnt ihr euch auch gerne dann liken, teilen. Wir haben auch eine Gruppe Megafon 95 und ihr könnt uns auch gerne an projektmegafonpodcast.gmail.com kleine Voice-Schnipsel schicken, so 30 Sekunden lang oder generell Fragen, Anmerkungen, Anregungen, Kritik, Lob. Alles, was euch so in den Kopf spukt und wenn da was Cooles bei ist, werden wir das auch in die Sendung einfließen lassen. So würde ich sagen, quatschen wir nicht weiter, sondern steigen wir direkt mal ein in das Spiel gegen Freiburg. Michael Düsseldorf setzt ein Zeichen in diesem Special-Trikot, wo natürlich wieder alle heiß drauf waren. Ja, das fand ich eine gute Aktion, dass Fortuna sich gegen Diskriminierung positioniert hat und dann mit dem besonderen Trikotsponsor aufgelaufen ist. War eine coole Aktion. Dann gehen wir direkt mal in das Spiel rein gegen Freiburg. Fortuna Düsseldorf startet im 4-4-2, war ein bisschen variabel, stimmte nicht ganz, aber Eihann kam für Bournemouth, Rahman kam für Zimmer, Karaman für Fink und Hennings für Luque Bakio. Karaman machte da so eine hängende Spitze, aber so richtig glücklich sah der in dieser Position meistens leider nicht aus. 19. Minute, Eihann spielt einen klasse Steilpass auf Rahman. Rahman kann sich am Ende nicht durchsetzen. Ja, habe ich vermerkt, weil das ein perfektes Beispiel darum war. Ich habe ja in den letzten Folgen erzählt, dass ich gerne mal Eihann im defensiven Mittelfeld spielen sehen würde. Und da hat er sich mal vorgetraut aus der Innenverteidigung und ein paar Meter vorgelaufen und hat dann in diesen traumhaften Pass gespielt. Was für mich eigentlich nur eine Bestätigung war, dass er das halt kann. Dass er, glaube ich, auch gut im defensiven Mittelfeld aufgehoben wäre. Aber ich glaube, Funkel ist da nicht so experimentierfreudig, um den da aufzustellen. Beziehungsweise wir haben da ja auch mittlerweile mit Botzek, der sich gefangen hat und mit Sobotka, der dann wieder fit ist, zwei gute Alternativen oder bessere Alternativen, denke ich mal. Dann kann man auf jeden Fall in der 55-Minute das 1-0 durch Eihann, der halt eine geile Ecke von Usami genau platziert auf den Kopf kriegt und einfach macht und das Ding ist drin. Warum macht der Usami nicht öfter die Ecken? Ich habe das Gefühl, wenn er spielt, dann macht er die eigentlich häufiger. Und ich habe auch teilweise, wenn man sieht, wie er spielt, dann glaube ich, dass er teilweise nur spielt, um Ecken schießen zu können. Aber ja, in dem Spiel waren es zwei super Ecken. Mich hat es auf jeden Fall für Eihann gefreut, der dann nach Verletzungen und Nichtaufstellung dann wieder da war und dann direkt natürlich so ein Zeichen setzt. Dann haben wir noch das 2-0, wieder durch Eihann, wieder Ecke Usami, die Kaminski findet, und der legt den Ball dann so ein bisschen mit dem Kopf, aber irgendwie ungewollt auf die Höhe, auf Eihann. Der schiebt ihn dann über die Linie, auch super gut gemacht. Funkel wechselt hat man wieder später, in der 87. kommt Luke Barke noch für Hennings. Aber so wirklich geändert hat er das auch nicht mehr. Spiel war tatsächlich so, Fortuna war wirklich besser. Kann man eigentlich nicht meckern. Hätte man vielleicht noch ein drittes Tor machen können, aber eigentlich hat man besser gespielt. Man hat Freiburg im Griff gehabt und Freiburg hat auch leider nicht wirklich Möglichkeiten gefunden. Die mussten viel über die Flügel spielen, konnten nicht in die Mitte spielen. Freiburg muss man wissen, wie spielen so eine Art Tannenbaum, wo dann vorne entweder Niederlechter oder Petersen spielt. Und dann hast du halt noch zwei weitere Stürme mit Tempo, wie Luca Waldschmidt zum Beispiel, die halt dann in diesem Tannenbaum sind. Die sind mehr offensiv Mittelfeldspieler als Außenspieler. Und die können halt ihr Tempo durch die Mitte nicht machen, wenn halt in der Mitte alles zu ist. Dann müssen die auf den Flügel, aber die Qualität haben die nicht. Und Flanken rein kann man eigentlich mittlerweile sehr gut verteidigen aus dem Spiel heraus. Micha, noch letzte Anmerkungen? Ja, das war ein völlig verdienter 2-0-Sieg für Fortuna. Fortuna hätte auch locker noch drei Tore mehr schießen können. Alleine Usami, der zweimal eine flache Hereingabe dann übers Tor schießt, wenn er die aufs Tor platziert. Aber wir sind hier auf jeden Fall brandgefährlich. Rahman und Hennings laufen mit einem Abwehrspieler auf den Torwart zu. Hennings legt den Ball dann ein bisschen zu steil rüber. Und Rahman vergibt dann eine 1-gegen-1-Situation. Und Luke Bakio, der dann schon am Torwart vorbei ist und nur den Pfosten trifft. Also das ist so. Eigentlich müsste Freiburg geschmeichelt sein, nur zwei Gegentore kassiert zu haben. Weil es hätte auch locker ein 5-1 sein können, wenn man die gute Chance, die Freiburg hatte, mit 1 einbezieht. Also Freiburg hätte sich nicht beschweren können, wenn sie vier oder fünf Gegentore kassieren. Ist denn das eine neu gewollte Qualität von der Fortuna? Ja, dass du halt auch dann mal so ein Spiel 2-0 gewinnst, wo du eigentlich tatsächlich dominant bist. Weil wir am Anfang ja so einige Spiele gehabt haben, wo wir dominant waren, wo wir besser waren. Unter anderem auch gegen Leverkusen. Wo du dir dann halt kurz vor Schluss noch zwei, drei Dinger fängst. Ja, ich glaube, Fortuna ist mittlerweile wirklich in der Liga angekommen. Und die kommen auch mit der Geschwindigkeit besser klar. Zumindest fühlt es sich so an, nach dem Spiel gegen Berlin, wo sie dann halt 4-1 gewonnen haben und dann gemerkt haben, ah, wir können auf einmal Tore schießen. Seitdem spielt Fortuna irgendwie anders. Natürlich werden immer noch zu viele Chancen vergeben, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ein anderes Selbstbewusstsein da ist. Und das Spiel gegen Freiburg hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Hat man sich das denn jetzt durch die letzten Ergebnisse, wenn wir diese englische Woche nehmen, sich jetzt aufgebaut? Und meinst du, das bleibt dem Winter über erhalten? Ja, ich glaube, das wird auf jeden Fall erhalten bleiben. Ja, ich sag mal so, das erste Spiel der Rückrunde, um ein bisschen vorzugreifen, wird dann auch schon wieder eine Menge zeigen, was gegen Augsburg ist, die genau hinter Fortuna sind. Aber dazu kommen wir später, beziehungsweise ihr werdet wahrscheinlich dann nächste Woche dazu noch einen Podcast hören. Genau, noch kurze Anmerkung. Wir beide fanden, dass Eiharn wirklich die Fortuna des Spiels war. Wenn ihr anderer Meinung seid, könnt ihr das gerne hier in diesem Video in die Kommentare klatschen und auch gerne eine Erwähnung finden in eurer 5-Stelle-Rezession auf iTunes. So, kommen wir dann nach Dortmund. Und in Dortmund, das Spiel gewannen wir zur Überraschung aller 2-1. Also, ich konnte mich danach gar nicht mehr einkriegen. Der junge Mann, der unter mir wohnt, der hat auch ein bisschen nach Party gemacht. Freude war auf jeden Fall da. Fortuna startete taktisch im 4-1-4-1. Manchmal war es auch offensiv in den 4-3-3, je nachdem, wie die Spieler sich verschoben haben. Subotka kam für Bocek, Fink für Karaman, Zimmermann, Zimmer für Rahman und Luka Baku für Hennings. Wir haben so viele Leute, die Mann, Mann, Mann heißen. Das ist echt Zimmermann, Rahman, Karaman, Zimmermann, Karaman, Zimmer, dann ohne Mann. Das ist kompliziert. Gestatten mit chronologisch, 16. Abseits von Dortmund. Götze legt den Ball schon auf Reus und der schießt dann von der Steilform Kante. Aber Puli-Sick heißt der, ne? Puli-Sick steht dann im Abseits. Ja, gib ihm. Micha, du hast ein bisschen gesagt, Glück für Fortuna. Aber du glaubst auch, dass der Rensing den nicht gehalten hätte. Ja, das war ein Ball, den hätte Rensing auch mit freier Schuss, mit freier Sichtbahn, hätte Rensing den auf keinen Fall gehalten. Das war ein Schuss, glaube ich, aus, das ist 14 Meter, seien mit Vollspann links unten ins Eck. Ich glaube, den hält Rensing auch mit freier Schussbahn, äh, sichtbar nicht. Wer hält den schon, wer hält den schon. Ja, genau, deswegen war Glück, dass Pulisic den Spieler überlaufen hat und dann da irgendwie doof rumstand. Wie gesagt, war Glück für Fortuna, weil das hätte auch andersrum ausgehen können, wenn Pulisic da nicht doof rumsteht. Kein Glück, sondern einfach schön herausgespielt, äh, war halt das 1-0 von uns in der 22. Äh, also Burka gewinnt den Ball im Mittelfeld, das war sehr, sehr wichtig. Und Stürger spielt dann einfach einen traumhaften, ähm, Direktpass in den Lauf, wenn du willst, Steilpass, Dreiecktaste auf Luke Bakio. Der bleibt cool, ähm, ist dann irgendwie durch und schiebt den einfach ein. Der Junge hat einfach ein Tempo und eine Ballkontrolle oder Dribbling, je nachdem, wie du es denn willst. Aber das ist einfach, ähm, ein Traum. Ja, mittlerweile macht er die Dinger dann auch rein, das hat man gegen Nürnberg auch schon anders gesehen, dass er dann 1 gegen 1, dass er das 1 gegen 1 gegen Torwart nicht reinmacht. Auch gegen Freiburg, ne? Da habe ich mich bei dem Gegentor, also bei dem Tor von Luke Bakio habe ich mich gefragt, hat Dortmund das Bayern-Spiel nicht gesehen? Das war so, das eine, was man, glaube ich, von Fortuna erwarten konnte, waren, wenn Luke Bakio vorne im Sturm ist, dass lange, direkte Bälle einfach auf Luke Bakio nach vorne gespielt werden. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das dann, ob die nicht wirklich damit gerecht gedrückt haben, dass er wirklich so schnell ist oder ob der Pass einfach so gut war. Aber auf jeden Fall kam der Pass genau in die Schnittstelle. Da hatte der noch den Dortmunder am Arsch hängen, aber irgendwie hat er den trotzdem seelenruhig einfach am Björk hier vorbeigeschoben. Das ist das, was ich vor ein paar Wochen gesagt habe. Die Dortmunder haben halt tatsächlich ihre Schwäche in den defensiven Rückwärtsbewegungen durch mangelndes Tempo. Und die sind halt nicht so gut darin, Pässe zu antizipieren, was daran liegt, dass die auch zum Teil noch sehr jung sind oder irgendwie im Fall von Irmo Torprak halt an Qualität verloren haben. Das kann man sich aussuchen, wie man das möchte. Aber Dortmund will natürlich auch das Spiel machen und für deren Spiel müssen die Verteidiger weit aufrücken. Das heißt, der Luke Bakio kann sich auf der Abseitslinie bewegen. Dann kommt der Pass und er ist durch. Und wenn der Innenverteidiger nicht schnell genug ist oder der Außenverteidiger nicht schnell genug ist, dann ist er eigentlich durch. So eine Qualität wie Luke Bakio ist natürlich für uns Gold wert, weil der hat natürlich mehr Qualität als viele andere im Kaner. Da darf man nicht vergessen, der ist jung, der muss auf dem Boden bleiben so ein bisschen. Aber da ist Friedhelm Funke, glaube ich, der richtige Trainer, der da weiß, damit umzugehen. Dann kommt jetzt noch die Flanke von Zimmer, die Usami dann frei vor dem Tor vergibt. Ich weiß noch, im Stadion habe ich da gesagt, okay, eigentlich, wenn man das Ding reinmacht, dann gewinnt man. Wenn nicht, dann nicht. Aber, ja, Fortuna hat mich dann mal wieder, wie schon so oft in dieser Saison, an eines Besseren belehrt. So, und dann kommt der Mann, an den sich Marco Reus nicht mehr erinnern kann. Der macht dann nämlich in der 56. Minute das Traumtor. Es war einfach großartig. Usami spielt den Ball nach einem Einwurf auf die andere Seite, wo Zimmer einfach Platz hat, den Ball anzunehmen. Und er denkt ja schon mal, gib ihm. Und klatschen auf 20 Metern dann in den Winkel. Ich sage jetzt echt nicht Zimmern, weil das wäre echt der Hammer, wenn der Zimmermann den Ball ins Tor zimmert. Ja, ich habe, dabei habe ich extra reingeschrieben, Zimmer zimmert den Ball bei dem Winkel. Aber ja, das war eigentlich eine Aktion, wo der Pass von Usami, also Zimmer steht rechts, komplett frei. Usami spielt eigentlich einen schlechten Pass. Zimmer muss erst stoppen, ein Stück zurücklaufen, den Ball annehmen, sich drehen, also sich Richtung Tor drehen. Kann dann trotzdem in Ruhe den Winkel anvisieren. Und wie soll ich sagen, in der Zwischenzeit hat sich Zimmer wahrscheinlich noch eine Bratwurst geholt und ein paar Autogramme geschrieben. Und der Gegner war immer noch nicht da, wo ich mir dachte, ja, ist das Dortmund oder Rot-Weiß Koblenz, weißt du? Normalerweise hat man halt nicht die Zeit, wenn ein Pass so kacke kommt, sich den nochmal zurücklaufen annehmen. Ja, und dann zimmert er den Ball in den Winkel und war natürlich überragend. Und dann war die Stimmung groß im Stadion, wie eigentlich schon das ganze Spiel. Da kam natürlich noch einer an Bocek, der das Ganze ein bisschen defensiver machen sollte. Also Bodka natürlich ein überragendes Spiel, der kam aus der Verletzung und man hat eigentlich gar nicht gemerkt, dass er da war. Stöger holte sich noch die gelbe Karte ab. Bei der gelben Karte von Stöger habe ich mich gewundert, dass Fortuna wirklich in der 74. Minute die erste gelbe Karte geholt hat. Wo ich mir dachte, ja, gegen Dortmund hätte man eigentlich dreckiger spielen müssen. Aber die erste gelbe Karte in der 74. Minute hat dann auch gezeigt, dass es eigentlich kein dreckiger Sieg war, sondern vollkommen verdient für Fortuna. Für mich ist daran erkennbar zu sehen, wie körperlos eigentlich unsere Mannschaft ausgebildet ist. Also, sag mal, die Topspiele, die höheren Leistungsklassen, die Jugend, versuchst du immer beizubringen, einen Zweikampf ohne Kontakt zu lösen. Und das haben wir einfach perfekt gekonnt. Und die Dortmunder waren einfach wahrscheinlich, meiner Meinung nach, überrascht danach, dass wir so körperlos spielen konnten. Und dann in den Momenten, wo dann mal ein Bocek oder ein Fink oder so ein Bodka mal einen Körper eingesetzt hat, waren die dann schockiert, dass es dann doch passiert ist. So ein bisschen wie ein A-Jugendlicher, der zum ersten Mal in der Herdenmannschaft spielt und da bei einem Tackling abkriegt. Aber so krass war es denn nicht. Ja, dann macht noch Pablo Alcacer, macht dann noch das 2-1. Ja, Sancho dribbelt sich gut durch und legt den Ball einfach zu Piszczek und der flankt. Und ja, wenn der Alcacer den nicht macht, dann ist es so ein bisschen fehlende Qualität, aber er macht ihn. Dann kam noch Rahman für Osamien, Hennings für Luke Bakio und die zwei Wechselsort einfach noch Zeit von der Uhr nehmen. Du hast es schon gesagt, Fortuna einfach völlig verdient gewonnen und bis dahin die in der Bundesliga ungeschlagenen Dortmunder geschlagen. Ja, ich glaube halt, Favre hat Fortuna wirklich unterschätzt. Und ich bin auch froh, dass Sancho und Alcacer nicht von Anfang an gespielt haben, weil als die reinkamen, dann haben die schon ein paar Fortunen ordentlich schwindelig gespielt. Umso besser für uns. Ich glaube ja nicht, dass der uns unterschätzt hat, sondern der hat gesehen, die Spieler brauchen eine Pause, ansonsten muss ich die halt irgendwie zur Halbzeit rausnehmen oder halt in den 60. Und wenn das Spiel eng wird, dann lasse ich die lieber auf der Bank und kann die dann in der 60. 65. bringen. Dann können die nochmal ein bisschen mehr Gas geben und uns dann den Sieg erspielen. Ja, aber ich sage mal so, wären wir Bayern oder Schalke, dann hätten sie gespielt. Ja, genau. Das ist ja das, was ich sage. Dann hätten sie gespielt, aber die haben halt theoretisch eine fast gleiche Besetzung. Du kannst mir nicht erzählen, dass Pulisic schlechter ist als Sancho oder dass Reus schlechter ist als Alcacer. Das ist für mich, ist das immer noch einfach meckern auf einem echt krassen Niveau. Und dass John Simmer halt unser Fortuno des Spiels ist, haben wir glaube ich eben schon gut erwähnt. Hast du noch irgendwelche Worte dazu zu sagen? Nee, nur, dass John Simmer nicht nur wegen dem Tor, natürlich auch wegen dem Torspieler des Spiels. Ja, aber nicht nur deswegen, weil er hat einfach überragend gespielt. Er ist wieder viel gelaufen, hat wieder ein paar gute Pässe gespielt, war defensiv wieder sehr gut dabei. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass der so einen Sprung macht. Das ist einer von den Spielern, wo ich echt überrascht bin, dass sie sich nochmal um ein Level steigern können, wo ich nicht mit gerechnet habe. Aber kommen wir aber dazu in, ich glaube in zwei oder drei Wochen, wenn dann der zweite Teil unseres Winterspecials erscheint, kommen wir dann genauer auf einzelne Spieler zu sprechen. So Micha, bislang ist nicht viel Zeit vergangen nach dem Spiel. Und das ist jetzt die letzte und aktuellste Partie vor der Winterpause gegen Hannover 96. Wir gewinnen nämlich in diesem Ausbildspiel 0 zu 1 und wir haben so ein bisschen die Taktikkeule ausgepackt mit einem 4-4-2 mit Karaman als hängende Spitze. Also 4-1-4-1, aber als Karaman dann irgendwann rauskam für Fink, war es dann tatsächlich mehr ein 4-3-3. Ich spring einfach mal zum Tor und wir säumen so ein bisschen das Pferd von hinten auf. Fortuna macht das 1-0 durch Oliver Fink. Fortuna gewinnt den Abwurf von Esser oder Abschlag von Esser. Da ist der Fortuna einfach, der den Ball abfängt, der antizipiert den Ball besser. Der Hannoveraner ist dann nicht schnell genug in der Rückwärtsbewegung. Ja, der Ball kommt dann nach ein paar Pässen zu Fink und der sieht da so ein bisschen eine Lücke, schießt ab. Der Schuss war eigentlich echt schade. Also der Schuss war echt für die Mülltonne. Aber irgendwie hat der Esser, der eigentlich ein richtig, richtig geiles Spiel gemacht hat, ja, packt dann die Flutsche Patsche aus und dann zack, 1-0. Ja, war natürlich überragend für Fortuna und für Fink. Esser tut mir halt ein bisschen leid, weil er vorher überragende Bälle gehalten hat und Hannover so überhaupt im Spiel gehalten hat. Die Dinger, die er nicht halten muss, die hält er und den, den er dann halten muss, den hält er dann nicht mehr. Und ja, er hat mir halt eigentlich leid getan, aber umso besser für Fortuna, dass es an so ein Ding reingeht. Und da merkt man halt auch, dass es doch noch Mannschaften gibt, die halt noch mehr Pech haben als Fortuna sozusagen. Ich würde nicht sagen, dass Hannover Pech gehabt hat, aber der Keeper hat halt mal nicht bis zum Schluss ein überragendes Spiel gemacht. Ich habe jetzt von einigen Leuten aus Hannover gehört, die ich so kennengelernt habe auf der Arbeit, die gesagt haben, Esser hat dieses Jahr eigentlich gegen uns sein bestes Spiel gemacht. Wenn halt nicht in der 90. plus der Flutsche Finger gewesen wäre, dann hätte der gegen uns die beste Saisonleistung gemacht. Und dass die gegnerischen Keeper gegen uns regelmäßig ihre besten Saisonleistungen abrufen, muss ja irgendwo einen Grund haben. Gibt es an den Keepern selbst? Ist das gegen Nüsseldorf zu spielen nochmal ein extra Push? Oder sind wir einfach so schlecht, dass wir den Keepern eigentlich extra Motivation anschießen? Ja, ich glaube, dass die Bälle von Fortuna halt nicht hundertprozentig unhaltbar sind, sondern nur zu 90 Prozent unhaltbar sind teilweise. Und dass dann ein guter Torwart an einem guten Tag die Bälle schön parieren kann. Ja, wie gesagt, ich finde es halt gut, dass dann doch mal ein gegnerischer Torwart einen Patzer macht gegen Fortuna. Ist uns, glaube ich, sonst in dieser Saison noch nicht passiert. Ja, umso besser, dass es gegen Hannover war. Kann man drauf aufbauen. So, kommen wir in die 62. Da kommt Reichtungsflank, hier gießt man nicht den Fuß rein. Esser klettert stark auf der Linie. Und jetzt gibt es halt die Meinung von Friedhelm Funkel, der sagt, war ein Tor. Jetzt gibt es die Meinung von Torlinientechnik, die sagt, war nein. Denn der Ball war nicht mit 100 Prozent Umfang hinter der Linie. Die Bilder, die Sky am Ende dann zeigte oder auch das ARD, das war so ein bisschen, hm, kratzt er vielleicht noch die Linie oder nicht? Denn wir haben jetzt, ja, ich glaube, Udi Sasaolo war das. Umhandlich hat er auch da mal am 26. Jahrhunderten Boxing Day gespielt. Eine ähnliche Situation gehabt. Da muss man sich die Torlinientechnik vorstellen. Und der Ball liegt halt wirklich so an der Linie, dass zwischen Linie und Ball kein Platz ist, dass du den Rasen nicht siehst. Und das wäre theoretisch auch kein Tor. Also wenn der Ball wirklich so noch an der Kante liegt, so irgendwie symbolisch noch berührt, dann wäre der Ball auch nicht im Tor. Der Ball war praktisch 5 Millimeter nicht im Tor. Genau. Und ist halt kein Tor. Genauso wie das Ding gegen Hannover, wo ich auch behaupte, der war halt nicht komplett drin. Der war vielleicht zu 9 Zehnteln über der Linie, aber nicht zu 10 Zehnteln. Und deswegen verstehe ich auch nicht, warum da jetzt Leute irgendwie Verschwörungstheorien aufbauen, dass alles komplett die FIFA den Bach runtergeht und der Videoassistenz und die Torlinientechnik, alles ist scheiße. Ist natürlich ärgerlich und meiner Meinung nach ist, man sollte, entweder sollte man jetzt als Verbände und FIFA und wer auch immer hingehen und sagen, so wird es vorgestellt, so soll das sein. Oder man macht die Regel halt was weicher, indem man sagt, okay, wir haben jetzt in den letzten, komisch lustigerweise, die letzten drei Wochen ein paar krasse Beispiele gehabt mit der Torlinientechnik, wo der Ball wirklich nur so minimal die Linie noch kratzt, so wirklich so einen Hauch. Macht man die dann weicher und sagt, okay, dieser Hauch muss dann auch ein Tor sein? Oder sagt man, okay, wir bleiben jetzt zart? Da wünschte ich mir so ein Statement, irgendwas, aber im Moment schweigt man sich da eher zu Tode. Ja, aber ich verstehe nicht, warum, wenn der Ball, wenn dem noch irgendwie 5 Millimeter fehlen, dann fehlen dem halt 5 Millimeter. Sagen wir, es ist 1 Millimeter oder 2. Ja, selbst wenn es 0,01 Millimeter ist, wenn der Ball nicht komplett über der Linie ist, dann ist er nicht, ja, dann ist er nicht komplett über der Linie. Das ist so, aber das ist so dieses, ich verstehe nicht, warum dann Leute sich darüber aufregen, wenn der Ball halt zu größten Teilen über der Linie war, aber der war halt nicht komplett über der Linie und damit hat sich die Sache halt erledigt, weil die Torlinientechnik ist auch genauer als jede Linie, die der Platzwart machen kann. und deswegen, ja, wie so oft haben mich Facebook-Kommentare zur Weißglut gebracht und... Also dann ein Appell an euch, an liebe Facebook-Community, ihr könnt uns natürlich auch gerne alle auf Facebook folgen, wir sind 95, hier wird auch eine Gruppe und da könnt ihr, wenn ihr wollt, den Micha gerne ärgern, knallt da alle rein, wie geil ihr das Kommentar von Friedhelm Funke fandet, als er gesagt hat, der Ball war 100% im Tor. So, schließen wir das Segment so ein bisschen ab, ja, Adam Bocek kassierte noch in der 24. eine gelbe Karte, das heißt, gegen Augsburg ist er dann zum Rückrundenstart nicht dabei. Micha, das Spiel war nicht schön, aber Fortuna gewinnt, verdient aufgrund der guten Leistung in der zweiten Hälfte. Gieselmann hat ein geiles Spiel gemacht und da muss man einfach sagen, dass der sich konstant für uns so ein bisschen gesteigert hat, oder? Ja, Gieselmann ist für mich einer der Dauerbrenner bei Fortuna und einer der besten Spieler, den wir haben, auch schon letzte Saison und ja, für mich auch Spieler des Spiels gewesen. So, jetzt, bevor wir jetzt unseren Call to Action machen und euch wissen lassen, dass nächste Woche dann der erste Teil unseres Hinrunden-Rückblicks kommen wird, darf der Micha nochmal so ein bisschen haten. Ja, mein ausgewechselter Woche beim Dortmund-Spiel sind halt Fortuna-Fans, die Pro-Köln und Pro-Dortmund-Lieder singen, so von wegen Schwulenliebe ist okay, Köln und der BVB, wo ich mir einen Kopf packe und denke so, da ärgern sich die Dortmunder natürlich total, weil es ist so, als würden die Dortmunder singen, Altbier ist voll lecker und sich denken, jetzt haben wir es den Düsseldorfern gezeigt, die werden sich jetzt schwarz ärgern, so und das ist so, wo ich mir denke, so ja, feiert euch, so weiß ich nicht, ich verstehe einfach diesen Gesang nicht und denke mir so, ja, dann sagt doch gleich, Gummibärchen sind lecker und dann denkt ihr so, boah, wir sind cool, wir haben die Gegner gedisst und die Gegner denken sich so, wo ist der Diss und ja, weiß ich nicht, das hat mich, hat mich genervt, so, ja, das ist so, wo ich mir denke, vor allem, dann kommt das nicht von irgendwelchen 16-Jährigen oder so, sondern von erwachsenen Männern, die dann irgendwie sowas rufen und dann stehen gegenüber Dortmund-Fans, die singen das dann auch und denken sich ja, wo ist jetzt Diss und ich stehe daneben und denken mir so, ja, wer von beiden Gruppen ist jetzt der Dumme sozusagen und, aber das ist ja das Traurige, dass die Leute, die das rufen, die ja dann wirklich denken, das ist ein Diss und dann denke ich mir so, ja, da ist wohl in der Erziehung was falsch gegangen, aber, ja, ich würde sagen, belassen wir das damit, bevor ich mich wieder in Rage rede und gratulieren den Weihnachtswunder für neun Punkte in drei Spielen, die wir alle von Fortuna unter den Weihnachtsbaum gelegt bekommen haben. Dann bedanke mich nochmal bei euch für eure Treue, für euer Zuhören, wie gesagt, eure Meinung zu den Themen oder Feedback gerne in unserer Mega595-Gruppe oder auf YouTube in die Kommentare, diese und weitere Links findet ihr in der Beschreibung, fünf Stände auf iTunes, helfen uns sehr, liebt uns, liked uns, ich bin der Mo, der Wampendribbler, an meiner Seite wie natürlich unsere Tort-Legende, der Michael Schwensky8 und dann würde ich sagen, euch noch eine schöne Nachweihnachtszeit und wir hören uns dann auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.